In der ersten Juliwoche feierte das Bistum Eichstätt die Willibaldswoche zu Ehren des Bistumspatrons des heiligen Willibald. Im Rahmen dieser Woche gab es ein buntes Angebot für die Gläubigen der Diözese. Daniela Barmann war dabei. In aller Früh treffen sich die Wahlfahrer aus dem Fahrverband Pietenfeld, Mückenlohe und Adelschlag. Zu Fuß ziehen sie nach Eichstätt ans Grab des heiligen Willibald. Ganz nach dem Leitgedanken der diesjährigen Festwoche Glaube bewegt. Etwa 15 Kilometer liegen die Gläubigen zurück. Hermgad Fischermeyer aus Mückenlohe tut das gerne. Es ist schon, dass man ein Stück den Weg geht, den unser Glaubenswurde gegangen ist. Und für mich persönlich ist es einfach der Willibald. Das ist unser Bistumsheiliger und hat mir irgendwann einmal die Legende einverleibt und seitdem hänge ich da dran. Ein fester Programmpunkt der Willibaldswoche ist der Tag der Ehejubilare. Über 500 Paare sind nach Eichstätt gekommen. 50 Jahre oder länger sind sie verheiratet. Schlechte Zeiten gab es wohl bei allen. Aber sie sind sich einig. Gemeinsam geht es leichter. Es gibt viele Anlässe, an die man gerne zurückdenkt. Das andere verschwindet eher im Hintergrund, was schwierig ist. Es ergibt sich natürlich in der Generationenfolge auch die traurigen Anlässe, wenn die Eltern oder andere Verwandte versterben. Aber auch das muss man eben dann meistern. Zum ersten Mal gibt es heuer einen Tag für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Sie singen im Kirchenchor, betreuen Gruppenstunden oder sind Lektoren im Gottesdienst. Seit etwa 20 Jahren engagiert sich Susanne Grath. Als Architektin kümmert sie sich um Renovierungs- und Bauarbeiten. Außerdem spielt sie Orgel. Natürlich vor allen Dingen erstmal aus dem Glauben, dass es mir einfach wichtig ist, mich zu engagieren und einzubringen im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und letztendlich macht mir auch mein Beruf Spaß und natürlich auch mein Hobby mit Orgelspielen. Auch bei den Verbänden ist man auf die Unterstützung von Ehrenamtlichen angewiesen. Aber es wird immer schwerer, freiwillige Helfer zu finden. Die, die da sind und die sich sowieso engagieren, da gibt es überhaupt keine Probleme. Die kann man auch immer anrufen, immer fragen, ob sie etwas übernehmen. Aber ja, ich sehe schon auch, dass es schwieriger wird, sage ich mal, jetzt auch im Jugendbereich, Leute zu begeistern, zu mitmachen, anzuregen. Wenn sie dann allerdings mal irgendwie schon den Fuß in der Tür haben, dann ist alles super. Aber den Schritt dahin zu kriegen, das ist schon problematischer geworden. Wo sich Kinder und Jugendliche vor allem einsetzen, ist der Dienst als Ministrant. Zum Ministrantentag sind über 1000 Minis aus der ganzen Diözese nach Eichstätt gekommen. Seit zwei Jahren ist Johannes dabei und hat auch schon, wie es dazugehört, ein bisschen Quatsch gemacht. Heimlich mal Wein getrunken, heimlich mal Hosting gegessen. Und heute beim Ministrantentag, warum seid ihr hierher gefahren? Ihr seid ja ganz schön weit hier über eine Stunde. Weil wir eben zur Diözese gehören und weil es uns Spaß macht, einfach auch zum Bistum zu gehören, dass wir da herfahren können. Ein alter Hase ist dagegen Peter Stuttrucker. Seit 15 Jahren ministriert er schon. Jetzt kümmere er sich als Mini-Leiter auch um die Kleinen. Ans Aufhören hat er noch nie gedacht. Es war eigentlich immer abwechslungsreich und immer mit Aktionen in der Gemeinde verbunden. Oder dann auch eben solche Sachen wie diese Bistumsweiten-Ministrantentage. Und das ist dann natürlich auch eine Motivation, es immer weiterzumachen. Mit einem Abendgebet geht der Mini-Tag zu Ende. Bleibens soll, wie bei allen Veranstaltungen der Willi-Balls-Woche, das Gefühl, dass Glaube Menschen bewegen kann.